Herzlich Willkommen zur 212. und zum Best-of vom heutigen Stream, dem 24.8. Ich habe euch einfach mal die peinlichsten, lustigsten und dümmsten Momente zusammengeschnitten. Also viel Spaß! Ach schön, das gute alte Welt von Sai. Schreiben wir dann auch gleich rein. Also würden wir dann gleich reinpacken einfach. Hallo. Hi, wir sind gerade am Streamen, Michael. Oh, hihi. Ja, ja. Alles kein Problem. Alles gut, kein Problem. Okay, viel Spaß. Dankeschön. So, schaue ich mal, wie die Waffe ist. Ach, das ist eine Shotgun. Ja, das hätte ich nicht gewusst. Heilung, kann ich mir hinschmeißen. Ja, und Reparatur-Tool. Natürlich damit erstmal in Angriff gehen. Bestes Battlefront-Game ever. Ja, ist auf jeden Fall geil. So, Instant-Tier, T-Bang. T-Bang gehört auch immer dazu, als Druide. Nein, okay. Ist ein bisschen ernst. Also, ja. Wie geht's euch so? Schreibt uns das doch mal gerne rein. Okay. Und auch unterschiedliche Spielmodi von den Ehren jetzt her. Also, dass man nicht in jeder Ära die gleichen Spielmodi hat. Das wäre ein bisschen langweilig. Also, dass es dann auch eine Handlung an der Stelle angepasst wird. Ich wollte mich gerade selbst heilen und habe mich in die Luft gesprengt. Gott, war das Pfeil. Ja, ja. Scheiße. So, gibt es noch welche Fragen? Welche Spiele spielt ihr denn sonst so? Also, ich im Moment sehr viel Empire at War und Demonsten dafür. Alter, das ist so ein Durcheinander, ne? Ich komme gerade gar nicht drauf klar. Aber ja, erzähl, erzähl, erzähl. Was zum Teufel ist mit dem Druiden falsch? Der dreht sich einfach nur im Kreis. All around me are familiar faces worn out. Hey, Missile man hier. Missile. Komm, wirft die Granate hier. Hast du überlebt? Ja, ja, die Klappergestelle schalte ich hier so aus, Alter, mit links. Ha! Ha, ich habe Junkie geholt. Steht das jetzt, wenn ich mich nicht irre? Ich habe aber nur noch einen Schutz. Ja, jetzt bin ich tot. Django kommt nicht, schreibt einer. Ja, ja, schade. Aber ist dann eigentlich gern. Also, wie gesagt, er könnte kommen. Könnt ihr das eben nachmachen? Damit ich sehe, ob das... Ja, Star Junkie ist auch drin, sehr stark. Und das Aktivieren hier. Schießen. Toll, ganz toll. Es ist echt toll, was hier abgeht. Alter. Was? Luke? Äh... Nein! Genau das habe ich bei Julia gemacht. Suizid. Suizid, beste Entscheidung. Kann ich euch empfehlen, wenn sowas passieren sollte. Wenn ihr Luke seht als Sturmtruppler und ihr wisst, Luke ist aggressiv. Verspürt gerade Hass. Einfach Selbstmord begehen. Nein, das ist, äh... Da ist der Junkie. Aha. Oh, Junge, meine Gesundheit, ey. Hä, als ob der dich gekillt hat. Ich hab dich... Oh, okay. Dann nicht. Dann nicht. Dann nicht. Und der Junkie, ey. Nein, keine Sniper, ey. Da kommt jemand wieder in der Höhe. Ja! Ich war auch 10 AP. Ja, ist gut. Ich komme mit meiner Schrottflinde. Schrottflinde? Oh nein, wer ist denn Luke hier? Ach, hast du wahrscheinlich... Ich würde jetzt mal behaupten, ein Abonnent von uns. Pass auf, er macht Lichtschertwurf. Julien, falls du hier bist. Ich bin tot. Ja, das Team dringt vor. Volle Sturmtrupper-Action. Na, super. Deathtrooper halt. Zwar war knapp. Ja, ja, ja. Hätte ich es ja auch gesagt. Ich bin Deathtrooper, da kann man nichts machen. Gib sie hier. Macht sie. So. Ah, ist schade. Ich dachte, ich knall dir jetzt alle weg. Jungs, äh, Julien, über, äh, ich brauche Hilfe. Ich bin tot. Jungs, habt ihr gehört? So ist das? Nein, Alcatraz habe ich schon gebracht. Eigener Team, ey. Deshalb stehen wir Jungs. Also die Frage, warum? Und? Weil keiner ist raff, bin ich einfach der Überboss? Nein! Nein! Ich war gerade kurz vor dem Ziel, nicht nur einen halben Meter und ich mache Ansage und verliere. Und der Grenz der Mark! Ich werde immer von meinen eigenen Truppen ausgeschaltet. Wir haben hier ein kleines Problemchen. Kleine Widersachen haben es Mark. Ah, Gott. Mark, wir kommen. Mark hat mich, aber ich glaube, er ist tot. Nee. Das ist ja Julian. Wie, das... Aha! Kleine Widersachen haben es... Aha! Ich wechsle mal eben das Schiff. Das wäre eine gute Idee, oder? Mark ist immer noch hier. Kleine Widersachen haben es Mark. Ja! Ah, das war knapp. Für die Republik, meine Freunde. Genau. Putnamen. Ja. Bis zum nächsten Mal.